So, das da ist der Tormund. Es ist ein wunderschöner, ganz junger Galgo. Er ist erst zwei Jahre alt und er ist wirklich sehr aktiv. Aber wirklich sehr aktiv. Er braucht sehr viel Bewegung. Ein Garten wird nie genug sein. Er muss unbedingt Bewegung haben und draußen gehen und spielen und so. Wenn er einen anderen Hund hat, wird er ganz sicher, er wird kein Problem sein, aber er wird immer, immer spielen. Also, Tormund braucht unbedingt Bewegung. Eine sehr aktive Familie. Er ist aber sehr lieb, ganz, ganz problemlos, auch für Anfänger. Aber wie gesagt, aktive Anfänger, bitte. Er ist ziemlich stresster. Er braucht wirklich ganz schnell eine Zuhause und wirklich mit Bewegung, junge Leute oder Leute, die machen wirklich sehr, sehr viele Sachen. Er ist wahnsinnig neugierig. Er kann wirklich auch Tür öffnen und er klettert überall und er springt überall. Es wird wirklich so. Ein typischer, lebhafter, aktiver Hund. Aber wirklich ein Schatz. Also, bitte geben Sie eine Chance für den Tormund, sich wohlzufühlen.